Ich muss los. Wohin gehst du? Tante Tee hat ein Date. Was ist ein Date? Ist ein bisschen so wie ein Kindergeburtstag. Nur, dass nur ein Kind da ist und man es vorher nicht kennt. Das klingt bescheuert. Ich muss pipi. Ich muss mich. Ich muss mich. Aber es ist ein Ding. Ich muss mich. Du, du.